24tim und pasca in kontakt pasca reagiert auf die news jetzt so liebe leute es kommt jetzt eine antwort video nein ich habe mit 24tim kein kontakt ich habe eigentlich mal ein video oder ein bild bei instagram reingemacht und habe ihn dazu verlinken habe dann dazu geschrieben tag 1 wo wir versuchen dass 24tim diese story sieht und er hat sie leider ja auch nicht gesehen aber das macht ja nichts aber weil ja viele gerüchte dann aufgaben hat pascal mit 24tim kontakt hilft der 20 hilft 24tim pascal zum erfolg oder irgendetwas anderes nein liebe leute das helft ihr mir nicht und wir haben auch keinen kontakt aber 24tim grüße gehen raus bleibt wie du bist bist ein korrekter typ und ja liebe leute ich hoffe damit ist diese frage geklärt ich habe mit 24tim kein kontakt und nein 24tim hilft mir auch nicht in diesem sinne bleibt gesund und munter ich hoffe jetzt sind die ein oder anderen fragen auch geklärt